Herzlich Willkommen bei SoccerPerformance, Basti hier. Ich habe gerade den Fabian trainiert von TS4HW im Regionalliga und bei ihm haben wir uns auf Richtungswechsel und eben Cuts, Dribblings fokussiert, dass er wirklich sehr oft die Richtung auf dem Platz wechseln kann und so den Gegner natürlich erschwert ihm den Ball abzunehmen und zugleich hatten wir noch viele Torschüsse und haben Flugbälle auch noch trainiert. Es sind ja auch als Außenverteidiger einen Flugball auf den Stürmer mal zu spielen oder eine Seitenverlagung sind auch wichtig im Spiel. Ja, hier hast du jetzt ein paar kurze Einblicke ins Training. Ja, hier wird eben alles so. Ja, hier wird da. Ja, hier muss ich jetzt so. Ja, hier wird das Volk, beim Feldern員ngara, Universe of Sensei, Universe of Sensei, Universe of Senseis I run away for some time, to a Universe of Senseis I run away for some time, to a Universe of Senseis Word is on my mind, there's a crowd in all of my Senseis Care to redefine, that's a crowd in all of my Senseis A crowd in all of my Senseis da 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 the medical Bis zum nächsten Mal.